. Hier die Fahrdienstleitung an 35 532, bitte kommen. 35 532, hört. Bevor du zum Gleis fährst, um die Fahrgäste aufzunehmen, kuppel bitte die dritte Einheit ab und lass die hier. Bis zum Nachmittag reichen uns auf der Linie Vollzüge aus, deshalb schwächen wir wieder die Langzüge an den Endstationen. Wenn du soweit bist, ab zum Gleis 2. Gute Fahrt. Alles klar, lassen wir die letzte Einheit hier. Nachmittag www.gleis-mink.de Dann haben wir die Fähigkeit auf die Linie Vollzüge auf der Linie Vollzüge aus. Hier ist die Linie Vollzüge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 S5 nach Führungskosten. Nächste Zeit, Lokalbahnhof. Aufstieg in Fahrt Richtung Mies. Führungskosten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020